Hallo Arnold. Freut mich, dass du gekommen bist. Dann schauen wir gleich rein und dann freuen wir uns. Kennen sie sich noch erinnern, was sie zu ihrer Kindheit zum Essen gegeben hat? Ja, lauter einfach die Sachen. Ja, bei uns hat es halt ganz viel aus Müll Sachen gegeben. Meine Eltern waren auch eher keine zu wohlhabenden Leute. Da hat es viele Sachen, die einfach in der Kuchen leicht zu machen gewesen sind. Aber sonst kann ich mich von der Kindheit nicht mehr so viel erinnern. Es ist halt Polenta am Tisch gekommen, wenn ich noch in die Schule gegangen bin und Erdäpfel. Aber sonst haben wir nicht so einen Wohlstand gehabt. Fleisch hat es bei uns eher weniger gegeben. Wie schwierig war es früher zu Lebensmitteln zu kommen? Ja, bei uns in Ort war ein ganz kleiner Kreisler, eine ganz alte Frau. Und die hat eigentlich alles gehabt von Müll, Zucker, Petroleum und alles. Und das war halt wie 50 Jahre alt so was war. Und nachher hat aber die aufgehört. Und nachher haben sie halt weiter gehen müssen mit einem Rucksack irgendwo herholt. Schon weiter weg? Ja, von Müllsner, da war auch gekommen. Mhm. War das ein Kaufhaus? Ja, ein kleiner so. Wo man auch alles geklappt hat. Ja, wir haben hauptsächlich bei der Schule gehen, dann haben wir eben das mitgegriffen. Die sind daheim umgeschafft worden, das und diese zu mitnehmen. Und dann haben wir dann das Zeug eben mitnehmen müssen. Da habe ich nicht extra gefahren worden. Und das Zeug. Mhm. Und von wo habt ihr das mitgenommen? Ja, in Müllsner. Wir haben ja Nikolai da in die Schule gegangen sind. In Müllsner nicht. Haben wir da von Müllsner, die war ein kleiner Kreisler. Da haben wir das eben mitgenommen. Und welche Lebensmittel habt ihr da hauptsächlich mitnehmen müssen? Ja, beim Mitnehmen, beim Schulgebiet, da haben wir schon kleine Sachen. Was man halt so getragen hat. Aber sonst sind sie Gras eingekaufen gegangen. Mehl und Zucker. Das ist sockweise gekauft worden. Damit es man nicht so oft gehen hat müssen. Wo ist das eingekauft worden? Ja, auch da kamen. Und da ist halt der Vater mit dem Rosen gefahren. Und hat die Leute mehr auf der Malt genommen. Und fürs Vieh auch. Da ist nebenbei die Landgenussenschaft gewesen. Mit dem Lagerhaus. Und da ist das große eingekauft worden. Und die Kinder haben halt dann heimbringen müssen. Weil sie vergessen haben. Die kleinen Sachen. Wie war es früher mit dem Lagerhalten? Ja, schwieriger halt wie heute. Weil da war kein Kühlschrank. Und da haben wir so einen Kammel gehabt. So einen Speis. Mit einem Flätzboden. Und das Fleisch. Das hat man halt einsalzen müssen. Und oft haben sie so Gräbelotschen draufgelegt. Dass keine Fliegen dazukommen sind. Und halt schnell weggeessen. Dass es nicht schlecht geworden ist. Und ganz zuletzt dann hat es ja schon ein wenig angefangen zu riechen. Und wie ist das mit Obst gewesen? Und Gemüse? Obst haben wir gar nichts gehabt nicht. Ja, Gemüse haben wir alles im Garten gehabt. Und es war im Winter. Da hat sich aber die Bauern, da ist auch kein Salat gekauft worden. Und da hat man Kautsalat gehabt. Und Drohner und Krell. Und alles was man halt selber gehabt hat. Habt es früher viel Geld oder wenig für Lebensmittel ausgegeben? Ja, bei uns ist ganz wenig Geld ausgegeben worden. Das war ja nicht so leicht bei unserer Familie. Wir haben ja selber keine Landwirtschaft gehabt. Das ist hauptsächlich nur das Wichtigste gekauft worden. Wenn wir Fleisch oder was gebraucht haben. Und wie gesagt, die Mutter hat ja die Bauern oft Tagwerke gemacht. Und da hat es halt ein bisschen was mitgekriegt. Nicht ein Lebensmittel. Aber sonst ist aber nichts aufgekommen. Habt es bei Ihnen früher Unterschiede zwischen Sommer und Winter beim Essen gegeben? Ja, hat es sicher gegeben auch nicht. Weil wie gesagt, im Sommer war die Sache mit dem Fleisch mal problematisch. Weil wir keinen Kühlschrank gehabt haben. Jetzt ist das natürlich auf alte Weise die Kühlung. Die Milch zum Beispiel hat früher gekocht werden müssen. Nicht, dass es ein bisschen länger hält. Das Fleisch ist irgendwie konsumiert worden. In Gläser eingekocht. Dass es länger hält. Welche Gewürze haben Sie früher zum Kuchen verwendet? Bei den Bauern ist es gleich Knobel und Salz und Pfeffer und Zweifel. Aber es ist jetzt nicht viel. Keine Paprika noch. Sonst hat es nicht viel gegeben. Es heißt ja, die gute alte Zeit. War es ja echt die gute Zeit? Nein, die gute Zeit haben wir jetzt. Früher. Ich meine, die Kindheit war eine schlechte Zeit. Da hat es weiter nichts gegeben. Ich kann mich erinnern, wie bei uns, wenn ich von der Schule heimgekommen bin. Die Mutter war irgendwo in der Arbeit und da ist viel Polenta am Tisch gestanden. Mit dem haben wir eben Knobel kommen müssen. Wann haben Sie früher das erste Mal Schokolade gegessen? Mein Gott, das ist schon lange aus. Da war ich sicher schon sieben, acht Jahre alt. Aber früher habe ich gar keine Schokolade gekümmt. War das ganz was Besonderes? Das war was Besonderes natürlich. Kuchen Sie immer noch einfache Sachen oder haben Sie sich auch schon mal gestellt? Ja, wir kochen viele einfache Sachen. Schon manchmal was Besseres auch. Aber so die modernen Sachen überhaupt nicht. Pizza und so. Gehen wir nicht. Haben Sie voll gern nichts? Ich weiß. Ja, ich koche halt was ich auch gern isst. Das ist ganz wichtig für mich, dass man so eine Frau hat. Und heute ist es ja leicht, weil man ja die Maschinen und die Geräte hat dazu. Früher hat man erst einmal einheizen müssen und Wasser passieren. Und bis das auf das einmal gekocht hat, wenn es überhaupt gebraucht hat. Herr Arnold, haben Sie jemals schon einmal gekocht? Ja, ich habe viel gekocht früher. Ich war früher auf Seilbohrmontage und Holzschlägern. Und da habe ich eben oft für die ganze Holzdreckpartie, das waren oft 50 Leute. Da habe ich in der Früh ein Muss gemacht. Ein Holzdreckscherz, nicht wie man sagt. Oder ein Volenta und so Sachen, nicht. Das gehört da dazu und das ist eben so gewesen. Und haben Sie da auch Mittagessen, Abendessen auch gegessen? Ja, ich habe mir gesagt, Mittagessen, Abendessen, das war jedem seine Sache, nicht. Am Abendessen sowieso jeder für sich irgendwas. Meistens, wenn wir extrem müde waren, hat es nicht gleich ein Bier und eine Zigaretten gegeben. Aber sonst hat es da keine Probleme gegeben bei uns. Wer ist bei Ihnen für das Kuchen zuständig? Ja, wir haben das Ganze, wir machen das Ganze einfach. Halbe, halbe. Meine Frau, der Kuchen und ich, der Essen. Ja. 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 Ja.